herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem kanal mechatronics da ist er wieder die kiste steht die kiste ist zurück poli kommt bald runter gerade im moment wir haben die miltech abgasanlage die ic mittelschalldämpfer endschalldämpfer wir haben kein opf und wir haben auch keinen cut also wir fahren jetzt gerade cutless das probieren wir heute mal aus das wird nicht langsam bleiben wir hören jetzt einfach mal ein bisschen rein oder ihr auch hoffentlich werde ich jetzt ein paar schöne aufnahmen bereiten und hoffentlich kommt hinten schön was raus klangmäßig vielleicht auch ein bisschen mehr riechen tut es auf jeden fall schon mal gut und wünsche euch viel spaß dabei war 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 Das ist gar nicht warm. Das ist gar nicht warm. Das ist ganz schön abgegangen und das war es auch schon wieder. Ich würde mal sagen, den Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Auch jahresmäßig natürlich. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es noch nicht gefallen hat, könnt ihr gerne auch einen Daumen nach unten geben. Über den freue ich mich natürlich nicht. Dann würde ich mal wieder sagen, bis zum nächsten Mal.